Eckehard Schall war ein deutscher Bühnen- und Filmschauspieler sowie Regisseur. Schall galt als einer der profiliertesten Brecht-Darsteller deutscher Sprache und neben Helene Weigel als eines der prägendsten Mitglieder des Berliner Assabels. Leben Schall nahm schon während seiner Schulzeit Schauspielunterricht und stand 1947 in Magdeburg zum ersten Mal auf der Bühne. Nach Engagements am Kleisttheater Frankfurt und an der neuen Bühne in Berlin holte ihn Berthold Brecht 1952 an das Berliner Ensemble. Diesem Theater gehörte Schall bis 1995 an, 14 Jahre lang war er dessen stellvertretender Intendant. Insgesamt verkörperte Schall am Berliner Ensemble mehr als 60 Rollen. Zu den bekanntesten zählt die des Arturo Ui in Brechts Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, in der er mehr als 500 Mal auf der Bühne stand. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich auch seine Rezitationsabende, auf denen er ebenfalls Texte von Brecht gestaltete. Schall wurde 1959 mit dem Kunstpreis der DDR und 1962 sowie 1979 mit dem Nationalpreis der DDR-I. Klasse für Kunst und Literatur ausgezeichnet. 1973 wurde ihm der Vaterländische Verdienstorden in Silber verliehen. 1985 erhielt er in New York den renommierten Obi-Award für seinen Berthold Brecht Abend, An Evening with Eckehard Schall, eine Off-Broadway-Theater-Produktion. Nach der Wende zog sich Eckehard Schall immer stärker vom Berliner Ensemble zurück. Eigenen Worten zufolge lehnte er es ab, durch »ignorante Jüngere« als »Zitat« der proletarischen Heldenzeit eingesetzt zu werden. Daraufhin begann er auf dem Anwesen Brechts in Bucco viel beachtete Gedichte zu schreiben, die auch von der Literaturkritik geschätzt wurden. Er war seit 1961 mit der Brecht-Tochter Barbara Brechtschall verheiratet und ist der Vater der Schauspielerin Johanna Schall und der Kostümbildnerin Jenny Schall.